Moin Leute, hier zurück bei Destiny mit dem Gesürtag am 9.12.2016. Wir gehen direkt hin, der steht hinten im Nordturm und beim schwarzen Tor so. Hoffentlich da gute Sachen dabei und sonst dreide Münzen mitnehmen. Spielt auch ganz viel Eisenbanner, es lohnt sich wirklich. Ihr kriegt euer Lichtlevel 400 auf jeden Fall hin. Und sonst, wenn euch Geist fehlt oder Umhang etc., geht einfach in die Arkonschmiede und dann läuft das auch alles. So, was haben wir denn dabei? In Heunen zeigen wir das hier. Okay, da fangen wir als erstes mit der exotische Ausrüstung an. Hier oben natürlich, Vermächtnis ein Gramm, Kosten von 31 seltsamen Münzen. Dann haben wir hier einmal Dünnenwanderer mit Disziplin und Stärke, mit dem von den Perks erhöhtes Sprinttempo, erhöhtes Bewegungstempo beim Zählen mit der Waffe, engerer Wendekreis beim Sprinten. Dann erhöht die Menge an Truppel und Munizierung, die du tragen kannst und dann noch erhöhte Agilität für 5 Sekunden nach einem Argus Doppelkill. Dann haben wir hier die versiegelte Amakara-Griffe, Panzerhandschuhe für den Jäger, Disziplin und Stärke. Dann haben wir von den Perks gewinnen zusätzlich Nahkampfenergie und Nahkampfschaden, kann die Primärwaffe nachladen. Dann erhöht das Nahkampfangriffstempo und zuletzt hier erhöht das Nachladetempo von Pistolen. Hier haben wir von den Warlock Alchemisten gewandt, Brustschutz, Intellekt und Stärke. Dann mit den Perks Chance auf Glimmer beim Aufnehmen von Primärwaffen-Munition. Bei aufgeladener Super, laden Sphären, Genate und Nahkampf auf. Reduziert eingehenden Akkus in Flammschaden und dann zuletzt du kannst mehr Munition für Spezialwaffen tragen. Als Waffe haben wir heute roter Tod-Impulsgewehr. Mit den folgenden Perks jeder Kill heilt dich und beschleunigt das Nachladen. Mit dieser Waffe ist das Zieren beim Feuern leichter. Also was fehlt auf jeden Fall mitnehmen, ne? Äh, sonst ist ja die Sammlung auch nicht voll. Und sonst ist es einfach lassen. So, Waffenornament haben wir hier. Kein Spielzeug. Lege dieses Waffenornament an, um das Aussehen von Sala Superzell zu ändern. Zerlege für 5 Silberstaubteilchen. Dann als zweites haben wir Schmelzdiegel, Asstine, Waffenornament. Lege das Waffenornament an, um das Aussehen von Unbefugter zu ändern. Zerlege für 5 Silberstaubteilchen. Das mache ich wie gesagt nicht. Das ist mir zu teuer. Das bringt einfach nichts. Es ist ja nur der Skin. Deswegen lasse ich es immer liegen. So, Raritäten unten. Plasmahantrieb. Dann Schmaragdspule. Dann haben wir hier schwere Munitionsynthese, wenn es fehlt. Auf jeden Fall mitnehmen wir eine Münze für 3. Synthesen ist recht günstig. Dann haben wir hier 3 der Münzen natürlich immer mitnehmen. Wenn man die nicht mehr hat, lohnt es sich immer auch jetzt beim Eisenbeiner pro Match immer eine einsetzen und hoffen, dass etwas droppt. Und dann haben wir hier noch Glasnadeln. Das habe ich noch nie genutzt. Aber vielleicht andere vielleicht. Und ja, dann haben wir noch Materialtausch. Macht glaube ich auch keiner mehr. Ja, das war so heute. Und danke fürs Zusehen zu hören. Lass vielleicht ein Like, Kommentar da. Würde mich freuen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.